Ja, ich seh's schon. Das ist ne Full Iron, Achtung, der... Ah, die haben die Erschwärter, Scheiße. Ich snack goldenen Apfel. Oh, scheiße Spinne. Warte mal. Ich hab den einen im Lava-Eimer drin. Sehr gut. Wir gehen drauf, wir gehen drauf. Ich mach den hier. So Leute, willkommen zu einem weiteren Tag der Defendekube-Woche. Heute bei... Hab ich den Xubrian. Hallo. Alias Freakseppi. Der Xubrian, auch ein geiler Name. Ich nenn mich jetzt Umsatz. Der Name ist gar nicht so schlecht sogar. Nee. Heute haben wir auch eine ziemlich schwere Challenge dabei, nämlich die Holzachs-Challenge. Wie der Name schon erklärt, darfst du zwar Farmen und Kisten-Nupen, wie du willst, aber im Kampf darfst du die Gegner nur mit einer Holzachs killen. Man darf außerdem keine Angeln und auch keinen Bogen verwenden. Jo, harte Angelegenheit. Ja, das Schöne ist, hab grad schon einen Bogen gefunden. Der kann ja mal direkt in die Lava, wa? Ja, stimmt. Ich hab mich schon über den Power-1-Bogen gefreut. Wollen wir unseren Cube denn schon setzen? Können wir im Vorhinein eigentlich sogar machen. Würde Sinn machen. Guck am besten... Guck auf die Minimap und dann würde ich an die Ecke gehen, weiter weg von den Teams. Das heißt, da wo ich bin hier gerade. So, und wo bist du da? Ich seh dich. Okay, siehst du mich? Ja, warte. Warte, wo bist du jetzt hin? Du bist doch grad eben noch hier. Ach, da. Hier. Hallo, okay, komm mal mit. Okay. Ich hab schon einen Ort mehr aufgesucht. Setzen einfach hier hin, setzen hier hin. Hier ist okay. Gut, dann setzen wir ihn hier hin. Warte. Sehr schön. Das ist sehr cute. Dann würde ich sagen, dass wir auch direkt malen gehen. Ja, ab nach unten. Ich guck mal, ob es einen besseren Eingang gibt. Ich hab, ne, ich hab keine Spitzhacken noch für dich. Auch irgendwo, irgendwo hab ich auch schon welche gesehen. Hier ist, äh, hier ist ein Eingang. Hier geht's gut rein. Hier ist sehr schön. Auf Dias gehen wird echt knapp werden. Ja, wir müssen auf jeden Fall vielleicht direkt jetzt schon mal zumindestens einfach hier Eisen ist ja hier genug. Ja. Erstmal nur Voll Iron und dann schnell irgendwo ganz weit nach oben. Magst du dann schnell mal einen Ofen craften schon mal? Dass wir das Eisen reinhauen für Eisenspitzhacker. Ja. Ich farm dann hier so lange mal alles Eisen weg, was geht. Ich würde sogar mehrere Öfen platzieren. Hast du noch ein bisschen Kabel? Ja, warte. Ich mach, mach Farmguard Kabel oder hast du noch genug? Ich hab zwei Stück. Die kann ich dir aber geben. Ja, ich hab auch nicht so viel. Äh, den Crafting Table, hast du den noch? Der steht da oben. So. So, dann nehm ich mir dann direkt drei mit und dann werde ich mich runter meinen direkt. So, perfekto. Ups. Ich hab auch noch ein bisschen Essen zum Braten. Ich hab sechs Äpfel auch, das ist sehr nice. Ähm. Ah, ich hab auch noch ein bisschen was zu essen. So. Kannst du mir zwei Eisen geben, weil du hast sie gerade ausgeholt? Achso, Entschuldigung, warte. Hier. Zack. Oh, da ist ja noch mehr Eisen. Eifer mitnehmen, erstmal Eifer mitnehmen. Ja, wir sind relativ hoch, ne? Ja, wir hatten keinen. Am besten ist, wenn man eine Schlucht hat. Also, das ist wirklich Optimum. Ach, wir werden die Gegner einfach mit unseren... Ja, die werden weggebasht. ...mit unseren Skills. Oh. Wenn wir die so töten. Ich bin grad in eine andere Höhle runtergefallen. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich hab ne ganz, ganz dicke Schlucht gefunden. Das ist natürlich so gut. Leute, ich seh andere Spieler dort meinen. Wie geil. Oh man, die ist aber gleich die Border. Wie cool. Ich seh die da einfach meinen. Ah, shit. Ja, wir müssen schön die Dias haben. Wir brauchen auf jeden Fall sowas Richtung Lave-Eimer oder so eigentlich. Oder Feuerzeug. Keine Ahnung. So, ich hab jetzt elf Gold. Warte mal. Flint. Ist hier vielleicht irgendwo Dingsamster? Irgendwo Gravel? Ne, hier sind diese ganzen... Es gibt ja mittlerweile so viele... Ach, hier ist Gravel. Ich probier mal einen Flint zu bekommen. Irgendwie. Hier ist auch ein Skelet. Oh, scheiße. Da ist die Border. Fuck. Die Border hat mich grad schon... Gott, was ist hier denn? Was tust du? Die Geräusche. Ich mach einfach nur ein Ding. Sag mal. Weg. Shh. Kusch. Nein. Geh weg. Ich habe ein paar Skeletts grad gefunden. Ich baue einfach nur ein... Skelette auf jeden Fall töten für Knochen, weil da sind ganz viele Hunde immer auf der Map. Ein so ein blödes Ding ab hier und auf einmal sind da einfach nur so... Boah, scheiße. Die Zeit rennt immer so. Ich muss gleich schon wieder hoch. Das Viecher auch noch zwei Minuten. Ach, du Scheiße. Ja. Das ist wirklich... Man muss effizient farmen in der Zeit. Gott. Und wie viel Essen man verliert, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Ich hatte hier noch ein bisschen Fleisch reingetan. Ich werd keine dir... Selbst wenn ich jetzt ein Ohr finde... Ne, ich denke, das wird nichts mehr. Ich mach mal Rüstung schon mal. Hast du schon Rüstung? Ne, wahrscheinlich nicht. Ne, gar nichts. Doch, ich hab Eisenschuhe. Die brauchst du mir nicht machen. Okay, Eisenschuhe. Ja gut, dann machen wir das. Dann, ich komm wieder hoch. Das hat keinen Sinn. Ich hab jetzt auch nur elf Gold leider mit. Das heißt, ein Goldabflamme immerhin. Wo bin ich denn hergekommen? Scheiße. Also, du bist irgendwo hochgeflogen. Warte, ich glaube, ich hab dich. Warte, hier oben bin ich, wo ich grad stehe. Ich glaube, ich hab dich. Ja, genau, perfekt. So, komm mal schnell rauf. So, okay. Deine Hose müsste jetzt auch gleich zusammen... Ja, du kriegst jetzt auch noch ne Hose. Warte mal, ich hab ne Idee. Du bleibst kurz hier. Ich geh rein ganz schnell in die Mitte und versuch die Truhen zu looten. Hier hab ich schon mal ne Truhe gefunden. Ja, ein Splash Shield Potion hab ich schon mal. Die Gegner werden auch denken, wir sind irgendwelche Spackos. Mit drei Enderperlen. Mit drei Enderperlen? Ich hab drei Enderperlen schon, ja. Oh, nice. Oh mein Gott. Könnt ihr euch nicht verpissen? Okay, jetzt haben wir fünf Enderperlen. Ich loote jetzt wirklich alle Tier-Touches in der Mitte. Die Spieler verpeilen das gerne. Also, manche denken dann so, ach, ich farm lieber noch ein bisschen. Aber die mittleren Truhen, die geben schon manchmal schön Stuff her. Hier hab ich nochmal acht gebratene Steaks auch. Okay, ich komm nach oben. Oh Mann, ey. Wir reißen das schon. Ich denke positiv. Ja, ja, wir reißen. Wir töten alles. So, okay, ich bin oben. Warte mal, jetzt brauch ich die Map wieder zum Orientieren. Also in der Mitte, oder was? Oh, was ist das? Ich bin jetzt gerade in der Mitte, ich komm zu uns in der Base. Hier, sag. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Sehr schön. Gut, dann stellen wir mal ne Truhe auf, oder so. Warte mal, ich mach mal nochmal ein Crafting Table. Hast du die Öfen und so mitgenommen? Natürlich nicht. Aber draus genommen alles, oder? Ja, ja, klar. Okay, dann pack einfach mal allen überschüssigen Stuff da rein. Team Gelb und Rot ist raus. Das heißt, Team Blau haben wir neben uns. Dann sollen wir uns die mal holen? Wo sind die denn? Auf der Minimap, siehst du. Das sind so blauer Fleck ist da. Blauer Fleck. Achtung mal, das sieht aus dem See. Oh, oh, oh. Guck mal, wer da kommt. Ja, ja, ich seh's schon. Das ist eine Full Iron. Achtung, der... Oh, die haben die Erschwerte. Scheiße. Ich snack goldenen Apfel. Oh, scheiße Spinne. Warte mal. Ich hab den einen im Lava-Eimer drin. Sehr gut. Wir gehen drauf, wir gehen drauf. Ich mach den hier. Ich probier den hinter dir mal ein bisschen abzuhalten. Beide gehen auch nicht noch. Ich hab den in Lava drin. Ich hab den Lava wieder drin. Ja, ich hab den anderen. Ich hab den down. Warte, der andere ist gerade weg. Ja, der andere ist auch da. Wir haben beide einfach gekehlt. Wir haben beide einfach gekehlt. Boah, wie scheiße. Oh Gott, das war alles. Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Hier, hier, hinter dir. Okay, weiter, wir gehen drauf. Oh Gott. Alter, das sind echt zwei Profis am Werk gerade gewesen. Warte, hatte der noch einen Lava-Eimer? Hatte deiner noch einen Lava-Eimer für mich? Nee, ein normaler Eimer, aber hier. Okay, guck dir den mal an. Was ist denn bei dem los? Ja, die sind jetzt auf jeden Fall stark gequipt. Also, der ist auf jeden Fall heftig gequipt. Oh, der hat auch wieder... Wir müssen auf den stärkeren eigentlich. Warte, ich... Okay. Warte, ich hatte erstmal den anderen kurz und dann den hier. Down, okay. Direkt hochbauen. Ich versuch den Cube zu finden. Der Cube müsste da direkt sein, weil so schnell... Ich hab den, ich hab den, ich hab den. Warte, warte, warte. Ich hab den Cube, ich werd mich weg-tippen. Oh Gott, Inner Palace helft mich. Oh Gott, ich renn weg, ich hab zwei Herzen. Du bist down, oder? Ja. Warte, ich komm wieder. Der hat mich leider gekillt. Ich komm mich nicht mehr. Ich TP mich wieder. Der hat den kompletten Stuff von dir. Ich bin raus. Okay, jetzt muss ich nur zu unserem Cube. Okay, warte. Geh nimm mal aus unseren Truhen den Stuff raus. Ich hab noch ganz viel Stuff auch für dich. Ja, ich hab ein bisschen was rausgenommen. Warte, ich mach mal eben kurz hier eine neue Waffe. Wo ist der Cube? Was? Herr, und wer Cube ist doch hier? Ich hab den Cube nicht. Ich hab... Aber deren meine ich. Ich hab deren Cube nicht. Hier liegt nur... Hab ich auch. Hab ich... Hab ich den doch nicht abgebaut gehabt? War der nicht ganz abgebaut? Das kann sein. Hat es nicht ein Geräusch gegeben, wenn der abgebaut wäre? Ich hätt den auf jeden Fall wieder einen Tag gehabt und hättest Lones bekommen. Hab ich auch nicht abgebaut. Pass auf, da kommt einer schon wieder. Wir müssen den mit Rüstung down bekommen. Ich komme. Ja, ja, ich bin gerade schon am dransten. Oh, der eine hat sich weggeportet mit den N-Appeilen. Hier ist der nächste mit Rüstung. Oh, der nächste ist wieder hier da. Oh, shit. Auf jeden Fall. Beide down. Komm her, komm her. Hier liegt der ganze Stuff. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin da. Ja, ja. Okay, ich werde aus... Versuch die ein bisschen abzulenken. Ich versuch, außen zum Cube zu kommen. Ich weiß ja, wo er genau steht. Deine geht auf mich. Der Crafter, Mats. Der hat mich schon wieder gekillt. Mein Gott. Scheiße, Mann. Wieso? Warte mal. So, ach, wir haben hier noch... Nein! Er killt mich, er killt. Ich muss weglaufen. Ich hab zwei Herzen. Ich lauf weg erstmal. Ach, du Scheiße. Ich hatte den Cube fast schon wieder grad abgebaut. Mann! Ja, die sind so... Die sind irgendwie so ein bisschen nervig, die Leute. Die sind nervig. Wir haben mir sogar einen Respawner noch eingebaut für fünf Sekunden, aber... Die sind trotzdem ätzend. Boah, mit ihrem Scheißholz. Man respawnt ja mit dem Holzschwert immer. Also, wenn man stirbt. Ja, ja, das ist leider unser... Unser Problem. Dass die mit einem Holzschwert respawnen. Weil sonst könnten wir die eigentlich so halten, ja. Ich bin jetzt mal bei viereinhalb Herzen. Kommst du wieder? Ja, ja, warte. Ich musste mir mal eben... Ich schmeiß mal eben hier ganz schnell wieder das Zeugs rein. So. Okay, ich hab ein bisschen Equipment noch genommen und... Ab geht's. Ich komme wieder. Okay, ich glaub, die haben mich verloren. Ich renn grad wieder zu deren Cube. Und die sind, glaub ich, auf dem Weg zu unserem. Hm, hier. Mir kommt grad einer entgegen. Okay, die musst du jetzt packen. Ja, die sind beide in der Base. Warte, ach so. Sind das nur zwei? Ach ja, sind das nur zwei. Ja, okay, warte. Ich komm wieder. Okay, jetzt... Ja, der eine brennt komplett, wenn du jetzt herkommst. Der eine stand grad lang in Lava. Oh, warte. Der eine... Der ist verbrannt, der ist verbrannt. Und der andere ist noch hier, ne? Genau, so. Das Holzschwerte hatte der... Lol. Oh, den hast du fast... Okay, den können wir so... Den einen... Scheiße, ich geh down, ich geh down, ich geh down, ich geh down. Ich leb noch ein Herz, ich bin down. Ich auch. Scheiße. Oh man, wir waren voll proud beim ersten Mal. Okay. Wir haben die beim ersten Mal richtig zerstört, ne? Und beim zweiten Mal haben wir richtig gefailt. Ja, da waren wir... Ich geh dann jetzt erstmal mit Holzschwert noch hin. Boah, das war das peinlichste, was mir je passiert ist. Du darfst sie damit ja nicht angreifen mit dem Holzschwert. Ach, scheiße. Wenn wir sterben und wieder neu spawnen, wir müssen ganz viele Holzachste zurückgelegt haben, damit wir wieder... Ja, ja, aber wir dürfen ja Steinax zum Abbauen benutzen, ne? Ja, ja, klar, das ist... Hast du noch Holz? Wir müssen dann farm so viel Holz, wie du kannst, dann müssen wir das vorbereiten. Ich farm gerade viel Holz ohne Ende. Aber warte mal, du müsstest dir eine machen. Der Typ kommt schon wieder... Der Typ ist schon wieder hier. Ich schlag dir mal eben mit der Hand ein bisschen... Ich hab nur... Ich hab nur... Ich halt den ab, du musst irgendwie craften. Versuch... Nein, ich hab... Scheiße. Ich möchte eine Holzachs. Ich bin eine Holzachs. Scheiße, scheiße, scheiße. Haben wir nicht irgendwo... Fuck. Wir haben nichts. Boah, der hätte mir besser vorbereiten sollen. Aber das ist echt auch hart, die Challenge, muss man sagen. Ich hau den einfach mit der Hand. Du musst craften. Ich halt den ab. Du musst irgendwie Holzachs. Wir haben halt einfach kein Holz gerade. Warte. Der kehrt mich schon wieder. Dieser Typ. Der denkt sich auch, wir sind behindert. Warum will ich den mit der Hand schlagen? Oh, oh, oh. Wir haben den einfach getötet. Was ist denn? Ohne Witz. Die stellen sich ja auch echt scheiße gegen so welche Gegner wie uns an. Ja, der hat auch einfach... Okay, er hat das Holz übrigens. Ich mach da mal eben kurz. Ja, dann ganz viel. Ich farm auch gerade nochmal Holz. So, wir machen uns jetzt ganz viele Holzachs. Ich stelle uns eine Truhe hin nochmal. Noch eine. Nur eine Holzachs-Truhe. Und dann werden wir jetzt einfach mal schön viele reinpflanzen. Das reicht. Das reicht. Das wird reichen. So, eine muss ich mir nochmal eben rausnehmen. So. Ich auch. Okay. Ich schmeiß mal eben kurz den restlichen Kram hier einfach irgendwie in die Kiste. Die kommen. Die kommen. Oh, ich hätte... Warte, da ist noch Rüstung für dich gewesen. Echt? War da noch... Lol. Blau und... Lol. Jetzt kommt Haku alles hier. Scheiße. Oh, Digga. Scheiße, nehm die... Nehm die Axt. Ich hab drauf. Und gönn die Axt. Da liegt's da. Da liegt's da. Wir killen... Drauf, drauf, drauf. Wir müssen die irgendwie kaputt hauen. Wir hauen die einfach kaputt. Lol, der hat ne Dia. Der hat nen Scheißhund. Ich hab ne Dia gekillt. Okay, 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 okay. Drauf wieder. Los, 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 nochmal einmal. Oh, okay, drauf. Bevor der... Die dürfen nicht... Der darf nicht rechen. Du rechst nicht mehr. Dich werden wir holen. Komm, das... Das klappt. Das klappt. Das klappt. Das kriegen wir hin. Holz-Exte. Holz-Exte. Komm, wir killen den. Wieder da steht. Den hante ich. Save du den Stuff. Ich hante den. Ja, ja. Ich hol mir mal eben... Der ist low. Der ist so low. Scheiße, der hat sich mit der Enderperle gesaved, der Penner. Hier ist alles. Alles. Hier noch ein bisschen Ersatz da frei. Die Bögen brauchen wir nicht. Ich hab übrigens einen Schnelligkeitstrank. Oh, der ist sehr geil. Das war einfach der größte Fail des Jahrhunderts. Also ich gedacht hab, ich hätt den abgebaut. Okay. Durch. So. Einer steht da. Einer ist mit Full Iron steht da. Der andere ist anscheinend auf Erkundungstour. Kämpf, kämpf, kämpf. Ich hol den Block. Ich renn mal... Ich hab den Block. Ich werd dich sterben lassen. Es tut mir leid, aber ich muss den Cube abgeben. Ja, 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 ja. Okay, perfekt. Nice. Zack, weg ist es. Weg ist es. So, jetzt müssen die nochmal gefinisht werden und dann... So, okay. Ich nehm mir mal eben kurz den wieder neuen Stuff und dann geht's los. Das sind Lieder, ne? Da haben wir es echt gut hingekriegt. Jaja, das ist der Lieder, der mich grad gekillt hat. Den müssen wir... Der kämpft auch mit der Halt, sagst du, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob der auch unsere... Nein, nein, nein. Mach den nicht. Ich bin zwei Herzen. Ich bin zwei Herzen. Ja, ich hab ihn gegen den Baum gedrückt. Ich komm jetzt wieder und helfe. Den Cube wurde abgebaut. Scheiße. Scheiße. Ich geh sofort hin. Ich guck, wer das war. Cube von Team Lieder wurde von Team Blau zerstört. Was? Alter, es wurde grad alles zerstört. Unser lebt noch. Oh, ab zu Lila, ab zu Lila. Vielleicht können wir die aufhalten davon. Nein. Okay. Zack. Okay, wir treffen uns bei uns in der Base. Wir treffen uns bei uns in der Base. Bei uns in der Base. Okay. Alter, das ist jetzt richtig sudden death hier. Jeder hat keinen Cube mehr. Die sollen erstmal gegen Lila kämpfen. Ich glaub, die gehen auch grad zu Lieder. Die gehen woanders hin, wie du siehst. Ne, Lila ist da unten. Da in dieser... Ja, oder doch? Ich glaub, das kann passen, dass die in die Lila Richtung gehen. Okay, wir sneaken durch. Unsere Chance ist wirklich der Moment, wo beide Teams sich bekriegen und wir dann... Wir beiden Schlepp-Lawiner da hinkommen und die abstorben. Ja, ja, ja. Wollen wir uns einmischen? Ne, Lila... Ja, wir mischen uns ein. Go. Go, go, go. Ja, perfekt. Den blauen haben wir jetzt... Na, komm. Du entkommst uns nicht. Dich holen wir. Warte. Oh Gott. Schnell unter dem Baum. Durch. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Warte. Ach, ich kann dich nicht schlagen. Schade. Ich dachte, ich könnte dich boosten. Nice. Nice. Perfekt. Wir haben nur noch zwei Einzelne Spieler. So, zack. Okay. Sehr gut. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch zwei Einzelne Spiele rausholen. Oder, warte mal, stopp. Irgendwie... Ach, Blöcke. Der ist neben mir. Ich hab gedacht, du wärst das. Hilfe. Warte, wo bist du? Den Berg hoch, wo ich grad mich hochgesnackt hab. Gestackt hab. Ja, warte, jetzt hab ich Cofter, Max. Warte, 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 warte. Ich komm. Hä, warte, der geht immer weiter weg. Hä? Ich hab dir in einige Hits gegeben schon. Drehen. Alter, hä, der ist irgendwie immer weiter weg. Ich weiß nicht, wo der ist. Was, du, bei uns in der Richtung... Warte mal. Neben unserer grünen Base. Über den Berg, wo ich mich hochgestackt hab. Du bist irgendwie... Ich bin bei diesem Berg, wo ich mich hochgestackt hab. Ich bin jetzt bei deren Base. Bei Base Blau. Bei der Base von Blau bin ich jetzt. Du musst mir helfen. Ich geh down. Ich schaff den alle nicht. Base von Blau. Okay, gut, dann lauf ich da mal eben hin. Du hast grad geleckt. Jetzt geht's aber wieder. Ja, du hast auch grad ein bisschen geruckelt. Jo, ich seh sie. Ich seh sie. Ich seh sie beide. Die sind sich grad am kämpfen. Was? Das bin ich und er. Ach so. Hä? Du musst mir helfen. Warte, 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 warte. Ich renne, ich renne, ich renne. Einen Moment. Ach, du Scheiße. Wasser, Fall. Hä? Das war's gar nicht, du und er. Hä? Doch. Der hat mir... Hä? Haben die jetzt woanders? Der hat mich die ganze Zeit verfolgt. Was? Der hat mich eben die ganze... Wir haben gewonnen. Hä? Das war... Ich hab doch gesagt, das war der Team Lila und der andere. Aber das war kurz danach, weil davor hat er mich noch verfolgt gehabt. Nö, die haben sich noch gefunden. Die waren relativ dicht aneinander. Das hab ich die ganze Zeit schon gesehen. Seltsam. Die sind immerhin da hin und her gesprungen. What the fuck? Aber ohne Witz, wir haben die Runde geholt. Ja. Ja. Kann man mal machen, ne? Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut mir Challenges rein und schaut auf jeden Fall auch beim Freaks vorbei. Ich würde mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.